Seine Stimme war irgendwo ganz anders Was ist das für ein Affe? Warum redet denn der Dinger? Warum können wir uns eigentlich nicht wehren? Warum? Ich muss jetzt schnell... Oh oh Was denn? Ich hab ihn gehört Da bin ich taub? Ich hör nichts Bist du... Du bist echt taub, oder? Warte, soll ich das vielleicht... Hast du das Game zu leise? Soll ich das Game noch mal ein bisschen lauter machen? Na, ich hab das auf... Also ich hab's leise zumindest, weil dann wird's schon mal aber das so laut, dass ich mich selber nicht gehört habe So, jetzt ist es lauter Boah, ich geh jetzt aber wieder raus. Komm, ganz ehrlich Na... Das hast du aber gehört Ah, jetzt hab ich was gehört Aber inaudible Was ist das denn? Das ist sicher eigentlich Ich wollte eigentlich zum Fahrstuhl, aber... Wenn ich da jetzt durchgerusht wäre, ich weiß nicht, ob ich das geschafft hätte Oder? Warte, ich guck mal rein So klingt das nicht... Warum halten das so? Der soll mir bloß vom Leib bleiben Ja? Ja Ja Ja, der labert, aber ich seh ihn nicht Ich guck mal nochmal in den Mirror, wo ich jetzt eigentlich hin muss Das ist das Saut. Saut. Ground. 2 ja bin ich doch das ganze geplänkel hier sparen können aber sagen können ja ich bin ich bin in der ersten etage ich muss eine zweite ich geh jetzt noch mal raus ja noch lauter kann man die tue nicht zu knallen und fackt er denn oh du wurensohn alter Das ist ja die ganze Zeit am kämmen gewesen. Spasti. Alter. Das ist ja nicht tot. Das ist alles nur so ein Spiel. Okay, und wo wache ich jetzt auf? Das ist so eine Challenge, die die gemacht haben. Ja, im Keller unten. Fuck. Wenn er seine Kleidung gewechselt, der hat auch mal was anderes an. Wenn wir nicht sprechen. Ah, wir haben das... Scheiße. Wir brauchen den Ding jetzt wieder. Äh... Warte, hier. Äh, da. Store. Warum ist das hier dunkel? Fick dich. Ich muss mein Ding jetzt wieder kriegen. Mein, äh... Geisterverwunder. Achso, der nimmt dir den Scheiß dann immer weg, ne? Ja. Das ist immer ne... Kann er in dem Spiel nicht sterben. Er? Ne, Mann. Weiß ich nicht. Fakt ist, dass ich das hier nicht genau weiß, wo das Ding jetzt liegt. Ah doch, da vorne müsste es sein. Dann bitte hier. Äh... Dann hier drin. Und... Yes. Was ist es? Ja, ich weiß, was es ist. Danke. So, wir sind jetzt auch hier direkt neben dem... Fahrstuhl. So, wir gehen jetzt hier... Und das zweite. Und wenn ich dem Glauben schenken... Da... Oh... Irgendwie steps. Wenn ich dem Glauben schenken darf, was in meinem Mirror... Oh oh. Oh, jetzt aber nix hier weg. Ich geh erstmal in irgendeinen Raum. Gleich ist Asche. Er hat gesagt, zweiter Stock. Was ist das? Ist das ein Klopfen? Nein, das sind die Schüsse bei der Sie. Das kann Kilometer entfernt sein. Tatsächlich. Ja, ich weiß nicht, ob das ein Klopfen ist oder ob das Footsteps sein sollen. Ne, der hämmert. Hör mal, wer da hämmert. Ja. Dann guck ich gleich nochmal in den Spiegel. Ich bin jetzt im zweiten Stock. Ob der mir jetzt nochmal ne... 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 Raumnummer zeigt. Oder ob er wieder nur das Schwert zeigt. Weil wenn er wieder nur das Schwert zeigt, dann... Müssen wir wohl das Übel selber rausfinden. Wo das liegt. Dann müssen wir jeden Raum abklappern. Aber wir haben doch schon ein Schwert gefunden. Ja, aber ich weiß ja nicht mehr, in welchem Raum das war. Wieso jetzt wieder eins? Ja, weil jetzt weiter erst. Geh gucken, ist das bestimmt neun Prozent schon. Ich war gerade im ersten und dann haben sie mir gezeigt, dass ich in zweiter gehen soll. Jetzt will ich in zweiter. Vielleicht zeigt man, dass ich ins erste gehen soll. Ist die verarschen? 217, 218. Da hinten, okay. Ja, das ist... mit der Info kann ich mehr anfangen. Ich bin da beim... hä? Ich bin jetzt in 217 drin. Das heißt, ich bin zwar schon in der richtigen Nähe. Ne, 18 bin ich. Guck, ob du Progress gemacht hast. Nein. Achso. Ich geh jetzt raus. 17, 18. Da war er. Fick dich. Ich geh. Wo? Da war er. Da war er. Er war da. Ich hab da keinen Bock drauf. Da ist er. Ah. Aber was macht er mal... Wenn er, wenn er reinkommt, wo soll ich mich am besten verstecken? In einem Badezimmer oder in einer Wardrobe? Kann er dann reinkommen? Er kann reinkommen. Ja. Ja. Dann hat er mich. Er ist nur ein Teaser. Er weiß ja, dass du da... Ja, natürlich. Jetzt würde er nicht die ganze Zeit reingucken. Das Ding ist, da wo er jetzt gerade hingegangen ist, müssen wir hin. Das heißt, wir können da nicht hin, wenn er da jetzt nicht sich verpisst. Wenn ich rausgehe, dann ist das nichts. Das ist wie nett. Ich hab auch gelesen, je weiter man Progress hat oder Progress macht im Spiel, desto aggressiver wird der. Das heißt, und schneller. Das heißt, irgendwie... Zum Ende hin war das wahrscheinlich noch mal richtig schwierig. Wenn er übelst schnell sein wird und dir jetzt in den Haaren... Das ist halt dann irgendwie sowas wie schneller nachladen und so. Keine Steps mehr. Ja. So wie... So wie dieser komische Rashid da bei... Bei Dingens. Äh... Bei Visage. Der dir dann mit seiner Krücke hinterher rennt. Ja, das war ja aber eher witzig als alles andere. Geht's hier raus? Warte. Kann halt sein. Ich verstehe aber nicht, warum der endlich einfach umbringt. Aber er hat doch... Der hat doch nochmal Floor 1 angezeigt. Ja, du brauchst einmal Mehl. Geht's nochmal Floor 1. Geht's. Ah, das Video ist wieder zu lang. Zock, fertig.